Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe es geht euch gut. Heute gibt es dann wieder von mir ein Talk the Talk Video. Und zwar veröffentliche ich deine Geschichte hier in diesem Format. Meine Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Möglichkeit mir eine E-Mail zukommen zu lassen, indem ihr eure Geschichte erzählt, eure Geheimnisse und ich bespreche das Ganze hier. Ob es anonym sein soll oder nicht, das ist euch überlassen. Ihr schickt mir einfach eine E-Mail zu und vielleicht ist deine Geschichte das nächste Mal hier bei mir zu hören. Ganz wichtig ist auch für mich, dass in diesem Format nicht gegendert wird. Das heißt es gibt keine guten Frauen und böse Männer oder böse Frauen und gute Männer. Es ist unabhängig von eurem Geschlecht und von eurer Herkunft, wobei ihr ja schon in euren Nachrichten mir schreit, aus welchem Land ihr kommt, dann baue ich das auch mit ein. Aber eigentlich ist die Herkunft nicht wichtig. Und des Weiteren, was auch sehr wichtig ist für mich, ihr solltet wissen, ich bringe in diesem Format keine Beziehungen auseinander. Ich werde euch keine Tipps geben, dass ihr euch trennen sollt oder sonst irgendwas. Das gibt es bei mir nicht. Also ich habe auch einige Nachrichten von den Herrschaften da draußen bekommen, dass ich wohl den Frauen da draußen einreden möchte, ihr sollt euch von euren Partner trennen. Absolut niemals erwähnt und auch nie gesagt. Und wenn ich mal sowas gesagt haben sollte, dann war die Beziehung auseinander schon und ich habe gesagt, du hast es vielleicht mal gut gemacht oder es war eine richtige Entscheidung. Aber ich werde keine Tipps geben zur Scheidung oder zur Trennung. Das war nochmal wichtig für mich, dass ich das erwähne. Und jetzt kommen wir auch schon zur Geschichte, die ich gerne für euch vorlesen möchte. Ich habe ja sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, aber ich möchte mich immer nur auf eine Nachricht konzentrieren und euch das Ganze halt auch vorlesen. Und wie gesagt, ihr gebt eure Meinung halt auch in den Kommentaren. Ja? So, dann wollen wir auch schon anfangen und zwar fange ich an mit der Geschichte. Hallo liebe Soraya. Erstmal möchte ich mich bei dir wirklich von Herzen bedanken, weil deine Videos mich immer wieder aufmundern und du ein richtiges Vorbild für mich bist. Sowohl vom Charakter als auch vom Style her. Ich bin selbst Afghanin und liebe es zu sehen, wie weit sich unsere afghanischen Frauen heutzutage entwickeln. Herzlichen Dank erstmal für so ein schönes Kompliment. Das freut mich sehr. Ich bin 22 Jahre alt und bin seit circa drei Wochen mit einem Inder zusammen. Ich weiß, es hört sich sehr frisch an, aber glaub mir, dieser Mann hat etwas an sich, was mich immer wieder zu ihm zieht. Er ist selbstständig, hat ein eigenes Restaurant, wo ich ihn auch kennengelernt habe. Ich war ein paar Mal mit meiner Mama bei ihm essen und so hat er mich auch im Auge behalten. Irgendwie fand ich ihn auch sehr sympathisch und respektvoll. Ich war vor circa einem Monat kurz nach meiner Arbeit bei ihm, um mir etwas zu essen zu holen und da hat er mich persönlich angesprochen. Er hat mir gezeigt, dass er wirklich interessiert an mir sei und hat mich höflich gefragt, ob ich Lust hätte, ihn auf die Geburtstagsfeier seines Bruders zu begleiten. Ich fand es echt süß und habe gleich Ja gesagt, weil ich ihn höflich und attraktiv fand. Also tauschen wir unsere Nummern aus. Anfangs lief alles super. Wir haben uns vor der Feier zwei bis dreimal getroffen, waren sogar mit seinem besten Freund und seinem Cousin am Tag der Feier gemeinsam shoppen, weil er unbedingt neben mir gut angezogen sein wollte. An dem Abend hat er mich all seinen Freunden, seine Schwester und seinen Bruder vorgestellt und meinte, ich bin deren Schwägerin. Sie waren alle sehr nett und höflich. Ein paar Tage darauf sind wir dann zusammengekommen. Genau zwei Tage danach ist sein Vater nach innen geflogen und hat ihm die ganze Verantwortung für alles überlassen. Seitdem hat er ein großes Zeitproblem. Er hat es von Anfang an erwähnt gehabt, dass die Zeit schon immer ein großes Problem bei ihm sei, weshalb es auch nie mit seinen Ex-Freundinnen geklappt hat. Ich hätte aber nie gedacht, dass es so schlimm enden würde, dass ich ihn einfach für drei Wochen nicht sehe. Er ignoriert meine Nachrichten und Anrufe und meint, er hat einfach viel zu viel Stress. Ist schlecht gelaunt und will das alles nicht auf mich loslassen. Versucht aber für mich so bald wie möglich Zeit zu finden. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Da gibt es einen Mann, der hat auch wirklich Interesse an dir. Also wenn ein Mann wirklich Interesse an dir hat, dann ist es halt auch so, dass er seinen Freunden von dir erzählt, dass er dich sogar vorstellt und sogar, dass du seine Familie kennengelernt hast. Es ist egal, ob es nach kurzer Zeit war oder nicht. Es ist schon etwas, was ja besonders ist. Also ein Mann, der es mit dir ernst meint, der zeigt dich halt auch in der Öffentlichkeit oder halt auch in seinem Umkreis. Jemand, der kein Interesse an dir hätte oder hat, der zeigt dich nicht und versteckt dich sozusagen. Okay? Deshalb ist es schon mal etwas Positives, dass er mit dir so umgegangen ist und dass du das auch schön empfunden hast. Kann ich auch total nachvollziehen. Und ich bin mir auch total sicher, dass dieser Mann zu diesem Zeitpunkt für dich auch ein Interesse hatte. Das heißt, er war von dir hin und weg. Er hat dich als sehr schön empfunden wahrscheinlich. Dein Charakter war für ihn schön und es war einfach so in dem Moment diese Kennenlernphase, was er halt auch als positiv empfunden hat. Nicht nur du, sondern auch er. Aber es kommt leider auch so vor, dass Menschen, ja wie soll ich sagen, schon nach paar Tagen diesen Zauber nicht mehr haben. Das heißt, es ist alles erloschen. Das kommt vor. Auch bei mir ist es vorgekommen, dass ich mal einen Mann kennengelernt habe. Ich war total hin und weg von ihm. Und nach paar Tagen sogar war war einfach alles weg. Es war weg. Und du darfst sowas halt auch nicht als einen Angriff sehen oder etwas, wo du dich minderwertig fühlst, sondern als einen ganz natürlichen und normalen Prozess. Und ich finde es sogar sehr, sehr gut, dass es ja schneller eingetreten ist, als wenn du jetzt wirklich in einer ganz festen Beziehung gesteckt hättest und keinen Ausweg mehr gefunden hast. Aber ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich davon überzeugt bin, dass dieser Mann einfach sein Interesse verloren hat. Du bist nicht interessant mehr für ihn. So scheiße das auch klingt, weil es gibt kein, ich bin zu busy. Es gibt kein, ich will meine schlechte Laune nicht an dir auslassen. Und es gibt kein, äh, ich habe keine Zeit für dich. Ey, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber dieser Typ geht doch mindestens dreimal am Tag kacken und er kann dir wenigstens beim Kacken schreiben. Ja, ähm, der richtige Mann hat Zeit für dich und der richtige Mann hat nicht Ausreden für dich oder Ausreden, dass er keine Zeit für dich hat, weil, nee, das gibt es einfach für mich nicht. Und klar, klar, kann es durchaus möglich sein, dass ein Mensch wirklich vom Zeitmanagement her so eingespannt ist, dass er keine Zeit hat. Aber, dass er sich drei Wochen nicht bei dir meldet, gibt es nicht. Schon, schon zwei Tage sind es so viel, dass ein Mann sich nicht meldet. Es kann sein, dass es mal die Kennenlernphase ist und, mh, dass er mal keine Zeit hat, aber sich dafür entschuldigt, aber ich hatte keine Zeit oder ich will meine Laune nicht an dir auslassen. Nein. Und schon gar nicht bei jemandem, der schon nach kurzer Zeit, ja, alles schon preisgegeben hat, seinen besten Freunden von dir erzählt hat, du deine Familie kennenlernen hast, dann gibt es sowas nicht wie, ich habe keine Zeit für dich und, äh, ich will nichts an dir auslassen. Also, nein. Er versucht es gerade auf einer höflichen Art und Weise dir zu verklickern, dass, ja, sein Interesse erloschen ist. Vielleicht aber auch hat dieser Mann auch andere Probleme oder hat eine frühere Beziehung nicht abgeschlossen oder er ist gerade frisch Single. Diese, ähm, Information habe ich nicht, aber es kann immer noch sein, dass er mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat. Also, wenn es wirklich nur die Zeit ist, dann habe ich kein Verständnis dafür. Was ich an deiner Stelle machen würde, ist folgendes. Ganz einfach. Chill. Chill. Lehn dich zurück. Versuch abzuschalten und versuch einfach nicht mehr, dich mit diesem Thema zu befassen. Es ist wirklich viel, viel leichter gesagt als getan. Ich weiß es. Ich bin selber ein Mensch. Auch ich hatte Liebeskummer gehabt oder war unglücklich verliebt. Das kommt im Leben vor. Aber ich persönlich, ähm, würde, würde niemals einem Mann zeigen, dass er über alles steht. Also, das gibt es bei mir nicht. Und schon gar nicht für jemand, der keine Zeit für mich hat. Ciao. Ciao Kakao. Wenn er sieht, dass du halt, ähm, zu interessiert an ihm bist und keine Ahnung, ist es klar, dass er dich auf eine Art und Weise halt auch warm hält, indem er sagt, ich werde mich irgendwann mal melden. Ich werde, das ist so ein typischer Fall von warm halten. Nein. Du bist keine Person, die man warm hält und du bist schon gar nicht jemand, für den man keine Zeit hat. Okay, du bist auch nicht Beyonce, dass er nur Zeit für dich hat. Aber eine gewisse Phase ist in Ordnung. Aber, Junge, what the fuck. Wobei, das machen die wenigen Leuten da draußen, ähm, dass die direkt sagen, ey, kein Interesse. Ich gehöre zu den Menschen, die wirklich klar und direkt sagen, nein, ich komme dann mal rüber wie eine gemeine Kuh. Aber mir ist es lieber. Ich möchte halt auch nicht dieses Fragezeichen haben. Das ist das Einzige, was dich vielleicht belastet. Oder vielleicht ist es auch dein Ego, was dich belastet gerade, weil du dir denkst, ey, scheiße. Ich habe gerade so ein Fragezeichen. Aber mach doch mal aus diesem Fragezeichen ein Ausrufezeichen und denk einfach mal, nein, ich nicht und schon gar nicht mit mir. Selbst Napoleon hat einen Krieg geführt und hat seiner Ische Briefe geschickt im Krieg. Und wenn er sich sogar drei Tage nicht gemeldet hat, so über Brief, wir haben nicht mal Briefverkehr, sondern wir schreiben über WhatsApp, was noch einfacher ist. Und wenn man dafür keine Zeit hat, ist es sorry. Ne? Selbst dieser Napoleon hat sich entschuldigt, wenn mal für eine kurze Zeit kein Brief von ihm gekommen ist. Ja? Deshalb, ey, ich an deiner Stelle würde sagen, okay, wenn ich will, der hat schon. Ciao Kakao und schließ erst mal ab für dich, damit du halt auch erst mal diese innere Ruhe hast. Und ja, wenn es passiert und wenn er noch mal kommt und ihr es noch mal versucht, dann kommt es. Wenn nicht, die Geschichte geht aber jetzt weiter. Und die möchte ich jetzt auch vorlesen. Übrigens gibt es noch einen Jungen aus meinem Bekanntenkreis, den ich bereits seit sechs Jahren kenne. Und er mir sein Interesse zeigt und mich sogar als die Frau seines Lebens sieht. Bevor ich mit dem Inder, also meinem jetzigen Freund zusammenkam, habe ich den Jungen paar Mal getroffen. Ich fand ihn echt nett und top vom Charakter. Mittlerweile wartet er auch schon seit zwei Jahren auf mich. Aber diesen Klick beim ersten Treffen war einfach nie da bei ihm. Also habe ich mich immer wieder mit ihm getroffen, um Gefühle für ihn zu entwickeln. Aber es hat einfach nie geklappt. Finger weg. Also man muss sich ja auch keine Gefühle oder keine Liebe erzwingen. Das geht ja auch nicht. Also diesen Jungen, den du jetzt seit sechs Jahren kennst, dem würde ich keine weiteren falschen Hoffnungen machen. Und nimm Abstand, weil dieser Junge hat Gefühle für dich und er ist auch anscheinend sehr verliebt in dich. Und dein Herz ist noch bei deinem Noch-Freund. Und deshalb, du musst nicht unbedingt dich direkt in den nächsten Mann stürzen oder eine andere Beziehung haben. Man muss auch nicht unbedingt in einer Beziehung sein. Also ich an deiner Stelle, ich würde dir echt anraten, schließ mit einer Sache erstmal ab, bevor du dich auf die nächste Sache stürzt. Weil das bringt dir absolut gar nichts. Und des Weiteren, brichst du einem anderen Menschen das Herz. Ja, das ist meine Meinung dazu. Und ja, ich hoffe, dass ich dir trotzdem mit meinen Ratschlägen weiterhelfen konnte. Ich danke dir übrigens auch von ganzem Herzen für deine Komplimente und für dein Vertrauen vor allem. Und ja, meine Lieben, schreibt auch gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren. Diskutiert auch untereinander, kommentiert und versucht fair zu bleiben. Also seid nicht zu hart und bleibt fair. Und ich würde sagen, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich danke euch mal wieder fürs Zusehen. Ich liebe euch. Eure Soraya. Tschüss.